Trotz der großen Bestürzung, die von westlichen Politikern und Medien geäußert wird über den Krieg in der Ukraine, muss beiden Supermächten, den Anglo-Amerikanern und den Russen, bewusst sein, dass Stellvertreterkriege business as usual sind und benötigt werden, damit man den Status einer Supermacht behalten kann. Nach dem Ende der Sowjetunion kollabierte der russische Verteidigungshaushalt um 96%. Russland insbesondere erschlaffte und als nächstes drohte die NATO zu erschlaffen. China war zu dem Zeitpunkt noch lange nicht zur Supermacht geworden. Und jetzt stellen wir uns vor, dieser Prozess des Erschlaffens hätte dazu geführt, dass verschiedenste Nationen die Gunst der Stunde nutzen, um unabhängiger und verteidigungsfähiger zu werden. Japan und Südkorea hätten sich aus dem Griff der Amerikaner befreien können. Japan hätte ein begrenztes Atomwaffenprogramm starten können. Um den Erzfeind Russland abzuschrecken. Die Türkei unter Erdogan unter anderem hätte versucht, ein neues Kalifat zu errichten. Die erste muslimische Supermacht seit rund 100 Jahren. Weitere islamische Nationen hätten sich abgesondert von den Anglo-Amerikanern. Frankreich wäre eigene Wege gegangen, Afrika, Südamerika. Es hätte diverse neue Bündnisse gegeben zum Handel und so weiter und so fort. Es ist unmöglich zu sagen, ob eine solche Welt zwingend per se friedlicher gewesen wäre. Allerdings hätte ein breites Gleichgewicht unterschiedlicher Mächte die Attraktivität des Kriegs drastisch verringert. Die USA benötigten laut dem neokonservativen Think Tank Project for New American Century ein neues Pearl Harbor. Also ein schockierendes Event, um Amerikas Status und Militär zu wahren. Dies wurde mit 9-11 erfüllt und so kam es zum Krieg gegen den islamischen Terror als Zwischenspiel, solange bis Russland sich erholen und China zur Supermacht aufsteigen konnte. Übrigens auch wichtige Teile des chinesischen Militärs sind abhängig von westlicher Technik, insbesondere Motorentechnik. Da gibt es immer neue Analysen, unter anderem von SIPRI. Russland könnte sich nun gleichzeitig während der Ukraine-Invasion das Baltikum holen und Polen überrennen. Die einzelnen NATO-Mitgliedstaaten in Europa sind relativ schwach. Und so schlägt die Stunde der EU und vor allem der USA. Nur die USA als Supermacht, wird es heißen, könne uns schützen vor den Russen. Niemand weist darauf hin, dass die Supermächte wohl längst ein heimliches Kartell bilden und miteinander koordinieren, wie die schwächeren Nationen unten gehalten werden. Also Russland und die USA fürchten sich gegenseitig viel weniger als den Verlust des Status als Supermächte. Man rechnet an diesem Wochenende mit der Eroberung von Kiew durch russische Kräfte. Ziemlich bald kann eine neue Marionettenregierung ausgerufen werden. Die Partisanenkampfbewegung kann allerdings weiterlaufen und weiterlaufen. Sobald die wichtigen Industriebetriebe der Ukraine gesichert sind, von denen Russlands Militär stärker abhängig ist als die allermeisten Ahnen, könnten zwei Drittel oder das gesamte Territorium Moskau gehören. Entweder nennt man es pseudomäßig die neue unabhängige Ukraine oder man stuft es gleich als russisches Territorium ein. Aber was dann? Belässt man es dabei und feuert verbal weiter über möglichst viele Propagandakanäle? Dass die Aktion doch nicht so schlimm für die Menschen gewesen sei? Moskau hat kein Interesse an einem hochgerüsteten NATO-Baltikum und einem hochgerüsteten Polen. Wenn die Sanktionen ohnehin schon substanziell sind, was hält Moskau dann noch davon ab, gleich noch Polen zu überrennen und das Baltikum? Die neuen NATO-Staaten haben sowieso nur eine Pseudomitgliedschaft und die Supermächte sicherten sich vertraglich ab, dass die neuen NATO-Mitglieder keine signifikanten Streitkräfte aufbauen dürfen. Russland kann auch mit Truppen vordringen in Ex-Sowjet-Staaten wie Kasachstan oder Usbekistan. Eventuell gelingt es der NATO, den Partisanenkampf in der Ukraine längerfristig zu unterstützen, was bestenfalls Druck auf Russland ausüben kann. Noch brutaler vorzugehen, das ist dieser Operation Anthropoid-ähnliche Effekt. Das heißt, die Gräuelbilder und das internationale Entsetzen würde dann umgemünzt werden in politisches Kapital. Unter anderem auch, um diverse Länder weltweit zu beeinflussen. Direkte Kollisionen zwischen Russland und der NATO wurden im Kalten Krieg wiederholt geprobt mit dem Ergebnis, dass konventionelle Formen der Kriegsführung schnell erschöpft sind und ein begrenzter Atomkrieg beginnt. Das kann natürlich dann noch weiter eskalieren in der Theorie. Da gab es dann diese Episode mit dem NATO-Verwirrspiel Able Archer 83. Wir haben dazu ein Video auf unserer Website, auf unserem YouTube-Kanal. Gab es ja auch eine deutsche TV-Sendung dazu, Deutschland 83. Das heißt, Übungen werden ständig abgehalten, auch Großübungen für einen großen Krieg oder möglichen Dritten Weltkrieg. Und solche Übungen können selbstverständlich auch als Tarnung benutzt werden für einen echten Angriff, um halt dann mittendrin umzuschalten auf die echte Attacke. Und die Russen und die Amerikaner haben sich deswegen sehr genau beobachtet, sich gegenseitig ausspioniert, um halt herauszufinden, was genau die Hinweise sind, die Anzeichen sind, dass ein echter Angriff hier durchgeführt wird. Also das können bestimmte Details sein, die für sich genommen nicht sonderlich auffällig sind. Aber wenn halt bestimmte Details zusammenkommen, so die Überzeugung, dann könnte man hier erraten, dass ein echter Angriff geplant sei. Ja, dann gab es dann eben diese Übungen wie Able Archer 83 auf Seiten der NATO. Da wurden dann auch halt bestimmte Einheiten aktiviert, neue Codes verwendet. Man übte mal eine Funkstille bei Truppenbewegungen und so weiter. Da kamen also neue Elemente da mit rein in die Übung. Und das machte die Russen eben nervös und einige befürchteten tatsächlich dann einen echten Angriff. Selbstverständlich gibt es solche Übungen auch auf russischer Seite. Und da wurde eben auch alles schon unter der Sonne geübt, inklusive Polen zu überrennen oder jetzt das Baltikum zu überrennen. Also im Oktober 2011 einigten sich die Verteidigungsminister Russlands und Weißrusslands darauf. 2013 die Militärübung ZAPAD in Weißrussland auszurechten. Im September 2012 ließ Russland die Militärübung KAVKAS in Südrussland durchführen. Im September 2011 soll die russisch-belarussische Übung Union Shield die Abwehr eines NATO-Angriffs simuliert haben. Übung fand in zentralen Südrussland statt und umfasst etwa 7.000 russische Truppen und etwa 5.000 belarussische Truppen. Im August bis September 2009 führten 6.000 russische und 6.000 belarussische Soldaten die Militärübung ZAPAD in Belarus entlang der Grenze zu Litauen und Polen sowie in der russischen Exklave Kaliningrad durch. Und 7.000 russische Soldaten führten eine damit verbundene Übung namens LADOGA durch in Grenzgebieten zu den baltischen und skandinavischen Ländern. Die ZAPAD-Übung beinhaltete angeblich Operationen gegen Terroristen, die aus dem Hoheitsgebiet Litauens nach Weißrussland und in den östlichen Teil des Gebiets Kaliningrad eingedrungen waren. Aber laut vielen Beobachtern simulierte sie tatsächlich die Abwehr eines NATO-Angriffs auf Weißrussland. Bei der LADOGA-Übung ging es angeblich um die Abwehr eines von Litauen aus gestarteten Terroranschlags, aber das Hauptaugenmerk schien auf Operationen in den Gebieten der baltischen Staaten und Finnlands zu liegen. Die LADOGA-Übung beinhaltete eine amphibische Landung in Kaliningrad, einigen Anschuldigungen zufolge wurde auch ein Atomschlag auf Polen simuliert. Der große prestigeträchtige Preis für Russland ist nicht Kiew, sondern Berlin-Russland kann sehr bald eine konstitutionelle Monarchie ausrufen und Putin zum Zaren krönen. Demnach hätte das neue Russische Reich keinen kommunistischen Anstrich mehr, sondern berufe sich auf die über tausendjährige Tradition Russlands und erinnere zudem an die europäischen Reiche des Mittelalters sowie an die Reiche der Antike wie Rom. Man hofft auf eine gesteigerte Außenwirkung, man hofft auf Support von europäischen Konservativen. Das heißt, man hat ja in den letzten Jahren viel Propaganda gemacht, unter anderem über Alexander Dugin, da wurde dann halt viel getrommelt über Tradition, mittelalterliche Regime könnten noch wieder auftauchen hier in Europa, althergebrachte Ordnungen und so weiter und so weiter. Und diese mittelalterlichen Reiche mitten in Europa, die orientierten sich ja an dem alten Römischen Reich aus der Antike. Das heißt, alle großen nennenswerten europäischen Mächte betrachteten sich als die legitime Nachfolger Roms, also ob jetzt die Habsburger, Österreich, Ungarn, Hohenzollern, Preußen, Briten, also Welfen, Bettiner, Reginare oder die französischen Probonen bzw. Kapetinger, alle wollten hier das neue Rom schaffen. Auch Amerika, die USA betrachten sich als das neue Rom. Überall sind die Regierungsgebäude ja römische Tempel und Russland betrachtet sich heute als das sogenannte dritte Rom. Und man hat eben dann über die Geheimdienste auch die Kirche wieder aufgebaut da drüben und diese Kirche steigt eben auch stärkt die Fühle aus nach Europa. Das heißt, wenn jetzt Russland diese Eroberungen macht, auch weitergehende Eroberungen macht, nicht nur die Ukraine, wenn man dann eben die konstitutionelle Monarchie, das neue Zarenreich ausruft, dann hat das eine sehr, sehr starke Außenwirkung. Viele konservative Leute denken sich dann, wenn die Amerikaner schon so sein wollen wie Rom und andere Reiche, die EU und so, wenn die auch sein wollen wie Rom, und die Russen sein wollen wie Rom, dann wollen ja alle so wie Rom sein. Und dann, so der Gedanke bei einigen, entscheidet man sich halt einfach dann für die Version eines neuen römischen Reiches, die halt einfach konservativer aufgestellt ist. Und damit bewirbt sich halt eben dann Russland als die konservative oder scheinbar konservative Alternative. Dem ursprünglichen römischen Reich war es ziemlich egal, wie die Untertanen aussahen oder die Leute mit Bürgerstatus aussahen, wie die Leibeigenen aussahen. Das war denen so wurscht. Man wollte ja natürlich dann das Gebiet ausdehnen und verschiedene Völker da integrieren in dieses Empire. Also konnte man da nicht so wählerisch sein, wie jemand aussieht. Und moderne Regime versuchten da ja verschiedene Variationen davon. Also Mussolini im faschistischen Italien, dem war es auch ziemlich egal, wie die Untertanen aussehen. Bei Hitler, was ja bekannt sein sollte, dem war es dann ganz, ganz wichtig, wie jemand aussieht. Und das wurde natürlich dann strategisch auch ein gewaltiges Problem für Nazi-Deutschland, weil man wollte eben sich stark ausdehnen, unter anderem nach Osten ausdehnen. Aber dementsprechend hatte man keine angemessene Strategie, um halt die Völker des Ostens in das Reich wirklich zu integrieren, sondern man betrachtet diese Leute da als Untermenschen. Also man sieht schon in der Reaktion von westlichen Konservativen, dass halt die Propaganda fruchtet. Also man sah einige Kommentare, in denen hieß es, naja, die Amerikaner sind schon auch kriegstreiberisch. Ja, die Russen sind kriegstreiberisch. Aber wenn eh alle dann kriegstreiberisch sind, dann entscheidet man sich halt dann doch irgendwie für diejenige kriegstreiberische Supermacht, die einem ideologisch näher steht und das heißt für viele die Konservativen dann eher Russland. Ja, also so landen Leute dann halt eben gedanklich und anderweitig in der Falle. Diverse Kreisern, Unterstützern des russischen KGB-Regimes, ob nun gewöhnliche naive Bürger oder Agenten oder Rechtsextremisten oder versprengte Sozialisten, die sich die UdSSR zurückwünschen, halten sich momentan rhetorisch zurück und warten auf den richtigen Moment. Wenn beispielsweise die Kampfhandlungen beendet sind und Russland eine neue Ordnung etabliert in der Ukraine. Dann können die Putin-Fans loslegen mit einer Breitseite an Beschönigungen, dass es den Menschen dort nun viel besser erginge und die Welt nun insgesamt sicherer sei. Im Moment ist das weltweite Entsetzen über den Ukraine-Krieg zu groß, als dass einige sich zu deutlich mit dem Kreml solidarisieren wollen. Man weiß nämlich noch nicht, mit welchen Waffen medial gekämpft werden wird. Seit Jahren werden alle Online-Postings und Social-Media-Beiträge automatisch aufgezeichnet von Institutionen aus der NATO-Sphäre wie dem Atlantic Councils Digital Forensic Research Lab. So ließen sich notfalls Pro-Kreml-Medien einschränken oder gar verbieten. Lässt sich forensisch nachweisen, dass jemand jahrelang durchgehend nur Kreml-Standpunkte kopiert und weiterverbreitet hat, wäre derjenige keine legitime Presse, sondern ein Asset der russischen Medienkriegsführung. Die Organisation EU vs. Disinfo und sogar die mächtige RAND Corporation sind auch schon länger dabei, die sogenannten alternativen Medien mit forensischer Genauigkeit zu katalogisieren und zu beobachten und alles hier zu messen. Gerade im Spektrum der klassischen Verschwörungsmedien spielte Russland zwischen 1991 und 2008 keine oder keine nennenswerte Rolle. Dominiert wird dieses Medienspektrum von den Amerikanern. Einflussreiche Industriegiganten wie Koch Industries finanzierten beispielsweise die John Birch Society, deren Bücher sich millionenfach verkauften und die zudem die Linie vorgaben für die deutschen Verschwörungsmedien. Die Birch Society hatte die falschen Märchen aus noch älterer Verschwörungsliteratur übernommen, laut denen internationale Banker nach der Schlacht von Waterloo in Europa das britische Kolonialreich übernommen hätten und danach die USA und schließlich mit der Oktoberrevolution Russland. Die Birch Society distanzierte sich zwar von Fake-Quellen wie den Protokollen von Zion, aber klammerte sich ganz fest an das Rotschildmärchen, laut dem die winzige Bankerfamilie den britischen Aktienmarkt getäuscht und abgezockt hätte, ohne bestraft zu werden, um sogleich die Kontrolle über die City of London und die Bank of England zu übernehmen, ohne dass irgendjemand sie auffällt. In Wirklichkeit baute das adelige britische Kolonialreich selbst das fraktionale Reservebanking auf. Diese Form oder neue Form eines Bankensystems war den anderen Imperien überlegen. Andere wie die Portugiesen hatten es ja versucht mit Edelmetall oder die Franzosen hatten es versucht mit halt immer neuen Eroberungen und Plünderungen. Die privaten Merchantbanks wie Barings oder Rothschild waren nur Treuhänder für das Geld der britischen Krone. Die Rothschildbank war aufgebaut worden als Tarnorganisation durch den Landgraf von Hessen-Kassel. Die Baring-Familie oder Baring-Familie stammt aus Hannover, dem Ursprung der britischen Könige und war dort vom Adel mit Privilegien versehen worden, galt als vertrauenswürdig, als Assets. Die Verschwörungsliteratur der Birch Society, die im Prinzip die Narrative vorgab für die späteren Internetmedien, betonte, dass auch nicht jüdische Banker wie die Rockefellers Teil der Verschwörung seien. Deshalb, so die von Koch Industries gesponserte Birch Society, sollen die Bürger ihre Hoffnung in rechtskonservative, angeblich gute Milliardäre setzen im Kampf gegen die bösen linken Milliardäre. Viele Menschen denken deshalb heute, dass das russische Zarenreich gestürzt worden war von jüdischen Verschwörern im Auftrag der Weisen von Zion. Stalin hätte den jüdischen Einfluss zurückgedrängt und schließlich kam Putin, der Russland befreit hätte von den Zionisten. Deshalb würden die bösen linken Kräfte im Westen Putin hassen und ihn bekämpfen. Putin sei die größte Hoffnung im Kampf gegen die Weltverschwörung. Ab der Obama-Administration 2008 verbreiteten amerikanische Verschwörungsmedien wie Infowars immer mehr die Vorstellung, das russische KGB-Regime mit Putin sei doch konservativ und würde die Weltverschwörung bekämpfen. Der Westen fahre nun das Programm eines Great Reset, das World Economic Forum, während Russland auf Traditionen setze. In Wirklichkeit ist Russland im World Economic Forum vertreten und wurde Teil der vierten industriellen Revolution inklusive weitreichender Maßnahmen zur CO2-Reduktion. Das Mantra nun während dem Ukraine-Krieg lautet, wen kümmert es schon, dass Russland militärisch aggressiv ist? Das sind die USA auch. Wenigstens ist Russland konservativ. Diese ist exakt die Medienstrategie von Moskau-treuen Westkommunisten im Kalten Krieg. Manche Pro-Russland-Medien im Westen heute sind einfach nur naiv und getrieben von Furcht und Wunschdenken. Bildungsmangel ist da ein wichtiger Faktor. Manche wurden regelrecht rekrutiert von russischen Geheimdiensten. Manche folgen eher bestimmten Strömungen aus Kreisen der US-Republicans. Ron Paul, der selbsternannte Libertäre, der der Birch Society nahesteht, nutzte die Gelegenheit nun angesichts des Ukraine-Kriegs einseitig über die NATO herzuziehen und sich gegen Sanktionen auszusprechen. Besonders paradox ist der Widerspruch bei jedem Influencer, der den Geist der amerikanischen Unabhängigkeit von 1776 für sich behauptet, wird aber gleichzeitig Putin unterstützt. Nach dieser Logik müssten sich die Influencer heute vor der Queen of England verbeugen. Die 13 amerikanischen Kolonien erklärten ihre Unabhängigkeit und Britannien schickte sofort Truppen. Die Ukraine wollte Unabhängigkeit und Russland schickte Truppen. Sicherlich suchte die Ukraine westliche Hilfe, aber auch George Washington war völlig abhängig von Frankreichs Lieferungen. So manche Extremisten wittern nun auch die Gunst der Stunde und erhoffen sich, dass inmitten des Chaos etwas für sie herausspringt. Vielleicht sogar eine Abspaltung östlicher Bundesländer von Deutschland. Sie sollten aber bedenken, dass es der NATO automatisch nützt, wenn Russland stärker wird und dramatische Eroberungen macht. Außerdem kann die NATO den Zugewinn an Stärke ausnutzen, um rigoros gegen die Putin-Unterstützer vorzugehen. Wer nach aktuellen Gesetzen mithilft, einen Überfall Russlands zu planen und vorzubereiten, kann lebenslang inhaftiert werden. Falls die frustrierten Putin-Fans einfach in den Ostblock überlaufen, ist die NATO sie los und in ihrem neuen Zuhause merken die Fans dann, dass sie den schlimmsten Fehler ihres Lebens begangen haben. Russland ist berüchtigt dafür, Leute für Revolutionen zu rekrutieren und sie danach abzuservieren. Russland ist berüchtigt dafür, Leute für Revolutionen zu rekrutieren und sie danach abzusetzen.